Ein fluschiges Hallöchen Leute, ich bin's, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Online. So Leute, dann wird es mal wieder Zeit und ich nehme gerade am späten Abend für euch auf. Es ist Sonntagabends und ja, ein paar Röntgen Mario Kart 8, könnte ja nicht schaden, bevor die Woche wieder um ist und ja, ich möchte es einfach mal mit euch wieder genießen und ich habe in diesem Part vor, wieder mal ein Turnier beizutreten. Also ihr wisst ja schon, ähm, oder ja, dass man ja Turniere und so joinen kann oder ja, also ich bin ja mal, ja in letzter Zeit, ne, so in den 200 CC Cup gejoint und, äh, oder in dem World Cup, wo ist das? Auf jeden Fall, ähm, ja, möchte ich gerne wieder ein Turnier joinen und so. Okay, ich bin mal gespannt, wie alles am Start ist, ähm, wenn da keiner gerade am Start ist, dann versuche ich das mal woanders in ein Turnier. Mal schauen. Aber ich hätte gerne wirklich, ähm, ein paar Spieler, also ja, okay, da sind wir schon am Start, sowas freut mich. Gut, okay, okay, oh, fünf Spieler, alles klar. Hm, zwei Leute sind, äh, schon länger dran, also ja, es geht. 49 und 74, also der Panda hat die meisten Punkte, alles klar, aus Amerika. So, die Coms, also die Bots, dürfen natürlich nicht fehlen, ist klar. Naja, ich gucke jetzt nicht zu, wie die Bots fahren, ne, also, wir fahren ja sowieso, pfff, langweilig und zwar rum, naja, muss man nicht machen, ne. So, okay, erst zweiter, mit den meisten Punkten, ist klar. Ja, sowas sieht man doch gerne, äh, dass das Rennen schon umgeht, ja, so muss das sein. Gut, Leute, ich wollte jetzt für euch cutten, aber geht doch schnell um, als ich gedacht hätte. Gut, gut, alles klar, dann, äh, suchen wir uns mal schnell eine Strecke aus, Partystraße. Alles klar. Ah, ärgerlich, da muss einer verlassen. Aber es sind noch welche beigetreten, oder so, ist mir aufgefallen, so, ein Mie. Ja. Gut, es ist noch, es ist noch Plätzchen frei, also, ja, jeder hat die Chance, ne. So, okay, die Hälfte Bots, alles klar. Aber ich verstehe nicht, ich fange immer bei Null an. Warum? Ich habe doch schon hier, hier, ich verstehe das nicht. Ne, ich verstehe das wirklich nicht. Ich fange immer wieder bei Null an, ne, wenn ich in diesen Turnier joine. Komisch. Also, muss man das irgendwie speichern, oder so, das, ich weiß es nicht, also. Weil, es ist schon ärgerlich, wenn ich immer wieder auf, ja, bei Null wieder anfangen muss, und, ja. So, ich konzentriere mich jetzt mal. Oh. Okay, da sind zwei Leute gut am Start, sowas freut mich zu sehen. Ah. What the fuck? Lol. Aber die Abkürzung kann man doch nicht nehmen. Wollte ich schon sagen, ey. Der wollte gerade ohne Pilz die Abkürzung nehmen, ist klar. Aber das, das kann man da nicht, ne. Das kann man überhaupt nicht. Boah, scheiße. Ja, natürlich gibt es Abkürzungen, die man ohne Pilz schaffen kann, ja. Aber, die, äh, die gerade, ja, ja, alter. Willst du mich verarschen, oder was? Stiche. Oh, ich hab'n Pilz. Warum nicht? Und der hat die Abkürzung wieder genutzt, und natürlich ist es ein dummer Fehler. Und, ja, das war sein dummer Fehler. Das war sein dummer Fehler. So, komm, wir schaffen das auf den ersten, oder? Komm, das schaffen wir doch. Komm, ja, so muss das sein. Alles klar, Leute. Gut, gegen die besten Leute hier auf den ersten. Ja, zwei, ja, okay, hä? Komisch. Aber, ich dachte mir, dass der Baby Luigi, äh, hä? Okay, ne, ist egal. Das fängt ja wieder ganz von vorne an, die Punktzahl, also, wahrscheinlich, äh. Ach, ich glaub, ich weiß, warum das immer bei Null anfängt. Ach, ist jetzt egal, das ist eigentlich unwichtig, warum. So, Leute, ich bin wieder zurück, und, ja, Leute, es ist das dritte Rennen. Ich hab, ähm, ja, Leute, das zweite Rennen habt ihr nicht gesehen, weil, also, es ist, ich sag mal so, Leute, ich hab da wirklich viel beleidigt. Ich war wirklich so schlecht gelaunt gewesen, also, ja, ich war einfach angepisst gewesen, dass ich das gar nicht zeigen, ja, wollte. Und, ja, Leute, das will ich euch einfach nicht antun, die schlechte Laune und wirklich so, wie ich angepisst sein kann, und, ja. What the fuck, ich bin schlecht. Okay, Leute, ja, es sind wirklich gute Spieler am Start, ja, ich hab da keine Chance. Ich würde auch jetzt nicht ausrasten oder so, ja, okay, ist egal, ist nur ein Spiel. Ja, ich stöhne grad, ja, habt ihr richtig gehört. Total unnötig. Ja, wie lässt er mich bitte raus, Alter, WTF, das, das ist richtig assi gewesen. Alter, das ist das, ja, ich hasse es einfach, diesen, ja, ich hasse es nicht, ne, das ist einfach. Das war richtig assi, Alter. Nee, das bringt gar nix, Alter, die sind doch schon durch, Alter. Heftige Typen. Die sind ja länger dran als ich. Sehen wir mal so, das ist, äh, da kann ich auch nix machen, ja, ich bin einfach an 150 CCM gewöhnt. CC. Mann. Mann. Okay, Leute, das vierte Rennen ist dran. Meine Mutter ruft mich grad, dass ich, ja, das ist egal, Leute, das müsst ihr gar nicht wissen. Das ist total unwichtig. So, Leute, Animal Crossing Dorf. Ist ausgewählt. So. Ah. Ah, ich bin raus. Okay, komm. Zwei rote noch. Nein. Oh mein Gott. Was mach ich da? Eine Bananenschale hilft mir gar nichts. Ey, du Mist gebohrt, Alter. Boah, ey. Der geht richtig auf den Sack. Leck mich am Arsch, ey. Ne, das, das kann ich nicht. Ne, 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 das gibt's nicht, das gibt's nicht. Leck mich am Arsch, ey. Ach, komm, ich baue hier Mist. Meine Fresse. Dieser scheiß Lacker, ey. Der hätte nur Pech, der hätte nur Glück gehabt, ey. Meine Fresse. Bin grad richtig verärgert, ey. Ach, die rote, Alter, kann ja auch in seinen Arsch stecken. Echt, meine Fresse, ey. Leck mich am Arsch. So, Leute. Ich bin in einer anderen Lobby drin. Und, ja, nach der vierten Partie oder nach dem vierten Rennen wird man immer rausgeflogen. Und, ja, und dann in einer anderen Lobby. Ja. Ja, es ist, kann man wohl nicht ändern. Und, es sind leider jetzt nur zwei, äh, Spieler. Also, ja. Auch Bots natürlich, ne. Mann. Das ärgert mich grad wirklich, aber, äh, egal, Alter. Komm. Ich bin einfach, es ist, ich hab immer wieder meine Phasen, Leute. Ich, ich, manchmal bin ich gut, manchmal bin ich scheiße. Da kann man halt nix ändern. Es gibt wirklich so Phasen, ey. Das ist einfach normal geworden schon. Echt. Ja, genau. Das ist auch normal, wenn man gegen die Wand knallt und so, äh, wie ich. Mein Gott. Ja, okay. Mach das. Mach's noch schlimmer, wie es grad ist. Die Münze. Schön. Fragt mich wirklich sehr. Ja, geil. Zerrichte Teil rote, Alter. Wow. Leck mich doch. Nein, 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 nein. Das ist doch wieder richtig, Alter. Ja, genau, genau. Leck mich doch, Alter. Dieses Spiel hasst mich. Dieses Spiel hasst mich. Ich sollte einfach ne Pause einlegen. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Das ist, macht mich nur noch kaputt. Das ist Drecksgame, ey. Alter. Ja, okay. Alles klar. Der hat die Abkürzung nicht genutzt. Vorteil gewesen. Das, das war einfach ein Vorteil. Mein Gott, aber trotzdem. Ich bin selber sauer auf mich. Echt. Ich, ich, ich muss wahrscheinlich ne Pause einlegen. Ich hab, ich, es tut mir einfach nicht gut. Und ich laber wieder zu viel. Tut mir leid. Ich laber euch wieder zu viel, ey. An Trash. Aber, ich will, ich will es einfach loswerden. Ganz ehrlich. Das macht mich einfach aggro, wie das Spiel schon. So, Leute. Ja. Es ist leider so, dass ein Spieler noch dabei ist. Und der Rest ne Bots, ey. Ja, Leute. Wie es aussieht. Es ist ein klares Ende dann. Es ist doch echt ärgerlich, warum ich ja rausgeflogen bin. Und ja, es war doch echt besser gewesen. So, der eine mit dem, der Portugiese und alles. Und ja, leckt mich am Arsch. Ich mach dieses Rennen zu Ende. Ganz ehrlich. Das ist mir zu blöd. Ne, ich sollte echt nur eine Pause einlegen. Das ist nicht mehr normal, Leute. Aber ich sag das so oft. Das Spiel macht süchtig. Das ist, das ist Suchtpotenzial. Meine Fresse, ey. Das kann man einfach nicht, das kann man nicht ändern. Das macht süchtig. Das ist echt wie beim Rauchen. Das ist noch heftiger als wie beim Rauchen, ey. Ja, leck mich doch. Ja, ich bin ein Stück Scheiße, der nix drauf hat, ey. Ja. Lacht mich aus. Lacht mich aus. Ganz ehrlich. Ich hab's verdient. Ich hab nichts drauf. Ich hab einfach nichts drauf. Ich bin ein Opfer. Ja. Ich bin einfach ein Opfer. Richtiger Opfer bin ich. Ich werd sowieso die Kommentare deaktivieren. Das ist einfach ätzend. Einfach nur. Ja. Es ist mir egal. Es juckt mich einfach nicht, ey. Dreckspiel, Alter, ey. Das ist einfach ne Schande. Es ist einfach... Es prägt mich einfach so weit. Es prägt mich einfach so weit. Ja. Ja. Hm. Okay, Leute. Dann hör ich jetzt mal den Part auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.